Stehen Sie mitten im Leben und möchten es mit allen Sinnen wahrnehmen und genießen? Gutes Hören und Verstehen gehört dazu. Durch unsere unterschiedlichen Anpassverfahren, die wir bei jedem Kunden individuell auswählen können, werden die Hörsysteme zusammen mit Ihnen genau auf Ihren Hörverlust eingestellt. Worauf wir stolz sind, ist unsere eigene Manufaktur. Wir fertigen Ihre Ohrstücke selber an und werden somit unserem Handwerk gerecht. In unserer Werkstatt führen wir kleine Reparaturen an Ihren Hörsystemen selber durch, damit Sie diese wieder schnellstmöglich erhalten. Lernen Sie uns persönlich bei einem kostenlosen Hörtest kennen. Dieser dauert in der Regel nur 15 Minuten. Hörbar besser Canets. Ihr Weg zum Guten Hören und Verstehen. Wir machen den Unterschied.